Einsatzregeln? Feuer frei! Können raus! Zehn Sekunden! Tür! Grünes Licht, Ska. Eins grünes Licht! Los geht's, Wulff! Los! Los, los! Zusammenbleiben! Sch Schub! 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 Reaper, Scars sind jetzt unten. Verstanden. 1-1, vertikaler Sprung nördlich Ihrer Position. Verstanden. Erfasse zwei Ziele unten. Konzentrieren, Kumpel! Seibs, vorangehen! Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, bevor Sie sie erreichen. Ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung! Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Wächter, da oben. Zweites Deck. Los! Vor Rücken. Vorsicht, Abgrund. Sie haben sie gerade hingerichtet. Mehrere Ziele. Werfesucher! Verstanden. Bring den Commander alles von wir. Werden angegriffen. Werde es persönlich. Rechts gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im State der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Na, Kampf. Lies Ihre Brücken. Ob Sie die Explosion gehören können? Nehmen wir es an. Dann halten wir es hier auf. Unser Waffe-Team erkannt. Willkommen im Europa-Nabor. Anti-Schwerkraft-Granate. Sie sind ausgeschaltet. Brauche Unterstützung. Deine Position. Auf die Ecken achten. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation RIA darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Feuer eröffnen! Feinde im Einsatzgebiet! In Bewegung bleiben. Wachsam bleiben. Da kommen noch welche. Macht sie fertig! Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden. Sind auf dem Weg. Die Waffe ist auf der anderen Seite. Seibs, aufmachen! Alles gesichert! Jackpots! Ich sehe den Zähn! Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden. 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Hochfahrt. Wir werden das Ding brauchen. Hier, Wolf. Kompaktes Modell. Selbe Technik. Das war das Ziel von Operation RIA? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden. Sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt. Na los! Achtung! Selbstzerstörung aktiv. Sämtliche Personale das Gebiet umgehen zu lassen. Feuer! Feuer! Oh, Scheiße! Scheibs, los! F-SPA aktivieren! F-SPA aktivieren! F-SPA aktivieren! BULF! BULF! Reeper! Reeper! So I'm squishing you to battle!